Hallo Leute, hier ist der Golf123, heute mit Timmy. Hi! Wir spielen heute Fußball, wie wir es mal gesagt haben im Video. Wir wollen heute ein paar Schüsse machen, Freistöße, vielleicht einen Elfleter auch noch. Der Timmy geht als erstes ein Tor. Ich kann leider nur mit links schießen, weil mein rechter Fuß verstaubt ist. Deswegen kann ich nur ein bisschen damit laufen, rennen. Leider nicht mehr richtig schießen, muss ich nur ausprobieren. Aber ja, ich sag mal, wir legen da mal los, ich schiebe da mal ein paar Bälle. So, ich bin wundern, mit links, das ist mein tschechischer Raffnick. Ja, schon mal eigentlich mal schlecht, aber ziemlich mittig. Gut gehalten. Vorbei. Der war drin. So, Leute, hier bin ich wieder. Ich hab die Bälle geholt nochmal. Ich würde natürlich immer schneiden, seht ihr, ja? So. Boah, knapp am Pfosten. Der war vorbei. Jo, Leute, jetzt bin ich wieder hier. Ich hoffe, ihr seht mich. Ich schieße jetzt mal mit Pickel, damit ich euch mal zeigen kann, dass ich hier auf rechts schießen kann. Dann kann ich euch nochmal sagen, schreibt doch mal bitte die Kontenhaare, was ihr sehen wollt. So, wir haben noch Wolfen gesehen, weil wir da mal eine andere Sportart, zum Beispiel Schwimmen oder so, ne? Tischtennis, genau. Oder jetzt hier einen richtig geilen Schuss. Boah, der war geil. So, letztes Mal, letztes Mal, letztes Mal, letztes Mal, letztes Mal, letztes Mal, meine Parade. So, jetzt geht's mal nochmal mit der Piqué. Gut, der war gut. So, der Timmy ist dran. Das ist ein Wettbewerb, das ist ein Wettbewerb. Das ist ein Wettbewerb, das ist ein Wettbewerb. Das ist ein Wettbewerb, das ist ein Wettbewerb. 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 Lasst ein Wettbewerb. Das ist ein Wettbewerb. Das ist ein Wettbewerb.